Auch ein herzliches Willkommen allen Leuten, die auf YouTube das Video nachschauen, weil ich ja immer eine, immer, immer eine Zusammenschneidung mache, so wie von dem letzte Woche, wo ich noch nicht dazukommen bin. Irgendwann mache ich immer irgendeinen YouTube-Zusammenschnitt und lade ihn hoch. Wir haben ja letzte Woche die Platinen bei PCB-Wave bestellt und die sind in Köln und die hätten heute zugestellt werden sollen. Also wir hätten theoretisch heute die Sensei HIO Platine V7.23 erhalten sollen oder wo wir mittlerweile angelangt sind. Und jetzt hat FedEx heute in der Früh angerufen und hat gemeint, ja, sie haben keine Firmedaten und sie wissen nicht, wo es die Rechnung für die Einfuhrumsatzsteuer zu hinschicken soll. Weil ich habe ja auch bisher erst ungefähr, ja, was werden sein, 50 Pakete von PCB über FedEx erhalten. Und natürlich ist das ja so, dass ja im Prinzip dann das heute nicht funktioniert, logischerweise. Von dem her, was wollen wir heute machen? Die Platine, das heißt die KeyCup-Daten, ins Git hochladen. Genau, weil wir haben ja noch nichts drauf auf dem Git bei mir. Ja, und Hannes sagt, hey, ich habe da einen Ordner angelegt. Ja. Ja, da kann man die Daten rüber kopieren, nur du verlierst die komplette Historie. Ja, ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Einmal den Ordner von Hannes gezogen, mit Readme und Original und MK2 und MK1. Da ist so eins zu eins im GitHub, beim EHAIO GitHub, mit in der sind es EHAIO drin. So, im MK2 habe ich jetzt nochmal zwei neue Ordner angelegt. Einmal Full Feature. Also nur ganz kurz zum Gesamten. Gehen wir mal zurück, damit die Leute wissen, was da drin ist. Es gibt den Ordner Original. In dem Original-Ordner sind quasi alle Daten drin, die wir jemals gesammelt haben. Warte mal kurz, ich zeige das bei mir, Matthias, PC-Bildschirm. Du bist dann weg. Das findet jetzt statt. Warum bist du dann weg? Und die Vorschau muss jetzt auch schnell beenden und das muss ich wieder ausblenden. Ich zeige das mal ganz schnell bei mir, weil ich kann es ein bisschen größer machen. Dein Ding ist ein bisschen zu klein fast. Dein Explorer, deine Schrift. Ja, ich habe es jetzt nicht explizit größer gestellt. Eben, deswegen zeige es schnell bei mir. Es gibt den Ordner Original. Da haben wir alles reinkopiert, was wir so haben. Also Display, Protokoll, PNG. All unsere Arbeiten, die wir beim Reverse Engineering getroffen haben. Nulldurchgang, was wir alles, die Schaltung, die Originalplatinen, die Simulationen, die wir gemacht haben, die Cam-Daten, die wir gehabt haben, die Display-Bilder, also Mengenstufe und so, was wir da alles uns rauskopiert haben. Da sind auch Temperatursensor, die Widerstandscandy und so drauf, von dem, was wir vor zwei Monaten im Stream gemacht haben. Das ist alles bei Original drin. Also alles, was die Original Senseo betrifft. Dann habt ihr den Ordner MK1, also Mark 1. Da ist alles drin, was wir mit der alten Senseo gemacht haben. Also mit der überarbeiteten Version, mit unserer Platine, Platine, die wir mit dem Atmega 32U2 oder 4 gemacht haben. 2, 4, 4. Da ist die ganze Hardware drin, also die Platine-Daten, Cam-Daten, CAD-Daten für die 3D-Abdeckung, die wir gemacht haben, die Taster, die wir vorne gehabt haben. Da ist alles, alles drin. Da habe ich alles reinkopiert. Und da ist die gesamte Software drin. Wir können jetzt beim Befüllen zwei Dinge machen. Entweder wirklich... Hi, hollo. ...und neue Daten einfügen. Das wäre jetzt das, was ich machen würde, weil das die schnellste und einfachste Art und Weise ist. Aber wir alle kennen ja Matthias. Das können wir machen. Heißt aber, die gesamte Historie geht verloren. Und wenn es Updates gibt und ich bei mir auf meinem Git-Updates fahre, müsste man die auch noch mit da wieder einfügen. Ist halt... Also ich hätte gedacht, du arbeitest einfach da drin weiter. In dem Ordner. Ja, bloß wenn du dann anfängst, dass du noch... Kommen wir gleich zu. Du hast ja deinen Haupt... Es gibt ja den Hauptentwicklungszweig. Also einmal die Full-Feature-Platine mit einem drin, drin und rum. Mit zweitem DC-DC-Wandler, mit Leistungsmessung, mit den Teilen für das Display. Und daraus gibt es ja den Rotstiftzweig. So. Die hängen bei mir alle in einem Git-Repository, wo du Branches umschalten kannst. Das heißt, du hast einen Haupterst. Und von diesem Haupterst bin ich irgendwann abgebogen. Das heißt, du verzweigst dann, gehst mit dem einen Zweig halt in die Rotstift-Version, wo alles Mögliche rausgeschmissen ist, gehst mit dem anderen Zweig dann weiter in den Haupterst. Du siehst halt, von wo kommt das Ganze, wohin geht das Ganze. Du kannst auf diesen Ästen arbeiten. Jetzt kannst du anfangen, das rauszukopieren, alles da einzufügen. Dann fängst du quasi bei 0 an. Da ist ja nichts mehr drin. Ist aber nicht ganz so schön. Finde ich zumindest. Das stimmt. Was wir jetzt machen können, wir können Zoom-Module einfügen. Das heißt, ich habe da ein Full-Feature. mk2. Gehe ganz kurz mit der Konsole da rein. Jetzt kommt der Punkt, so ein bisschen Git-Kommandozeile. Und zwar kann ich für den Full-Feature-Zweig sagen, das ist bei mir der Hauptzweig. Ich glaube, bitte der Sport. Fügt das bitte mal ein. Das ist jetzt von meinem Git-Repository der Main-Branch. Jetzt zieht ihr jetzt einmal in den gesamten Zweig dort rein. Fertig. So. Das Problem ist jetzt, das ist nicht die Rotscheid-Version. Damit das aber einfacher ist. Achso, jetzt kannst du hier quasi... Jetzt kann ich ihm sagen, pass auf, ich will nicht den Hauptzweig haben. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das Ding hier benannt habe. Nerviger Hannes will die ganzen Features weghaben, die ich reingemacht habe mit viel Mühe und Liebe. Punkt-Branch. Wenn ich mich jetzt nicht vertippt haben sollte. Rotstift-Optimierung ist ein schöner Begriff. Ja. So, wenn ich mich jetzt nicht vertippt haben sollte. Macht er irgendwas. Er jammert es mir nicht. Ja. Ähm, so. Na, das heißt, ich habe jetzt die zwei Submodule eingefügt. Ich kann jetzt hier reingehen, habe wieder einen Sense-EH-Ordner, habe dann hier aber den Rotstift-Pfad drin, wenn ich mich nicht vertippt habe. und habe in dem Full-Feature-Set als Querverweis den, wenn es alles funktioniert haben sollte, den normalen Hauptzweig drin ab. Du siehst jetzt hinzugefügt, eine Änderung in dem Git-Repository, sind die Git-Modules, das heißt die Submodule. Da sagt er auch, wo er die findet. Ach so, der tut da nur das bisschen als die zwei, drei Dinger und er weist dann automatisch, dass das quasi aus deinem, genau, dass es von mir kommen soll. Das heißt, wenn du bei dir einen Push machst, macht er bei mir automatisch mit. Nein. Es wäre so einfach und so schön und es könnte einfach funktionieren. Warum nicht? Ja, ist schade, hätte ich mir auch gewünscht, dass es so etwas geben würde, tut es aber nicht. Du, na, also du setzt dort die Version auf einen gewissen Punkt fest. und da das Submodule sind, haben die ihren eigenen Graphen, also das ist ein eigenes Git-Repository mit allem drum und dran. Dann einmal zurück hierhin, kann ich mal sagen, Push. Ja, ist durch. Läuft doch. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal auf Full Feature und du siehst jetzt hier, Sensei Hajo Add und das ist die Commit ID. Okay. Das ist die Commit ID. Das heißt also, du legst immer das Ganze auf einen gewissen Commit fest. Das heißt, wenn ich jetzt neue Commits hinzufüge, damit deine Software nicht automatisch kaputt geht, wenn ich in neuen Commits irgendwas ändern würde, muss man das quasi immer automatisch nachziehen. Ja, einmal von Hand machen, gucken, dass es passt. Okay. Das heißt, wenn du was änderst, musst du halt daran denken, dass irgendetwas nachziehen muss. Dass es hier nachziehen muss. Und dann könnte man jetzt aber eigentlich, so rein grundlegend, wie du gemeint hast, ein bisschen Software vorbereiten, gell? Dann schauen wir doch mal drum herum, was wir so haben. I.O. 34, also das Zettelstift so mitschreiben oder soll ich hier nochmal kurz eine Liste mit anlegen? Nö, das machen wir jetzt einfach parell. Wir haben, jetzt gehen wir erst mal die I.O.s durch, oder? Ja. Die Eingänge. Wir haben Read-in 2, also der Low oder was auch immer der zweite dann ist. Jetzt warten wir kurz, zeigen, ob ich das hier habe. Plattform GPIO. Der Heilsensor wäre das, oder? Ja. GPIO. Also Heilsensor ist 21. Achso, was hast du gerade für einen gehabt? Den Read, oder? Den Read 2. Ah, okay. Und den Read 1 brauchen wir dann auch noch. So, GPIO, Sensei Hayo Hallsensor, Read 1, Name Read 1, Read 2, Name Read 2, also Read 1 ist? Ist 13. 13, okay. Und Read 2 ist? 34. 34. 34. Und der Heilsensor war 21. Der Heilsensor war 21. Passt. Jetzt gucke ich gerade mal zu dir groß. Wie sind denn diese Read-Sensoren dran, Matthias? Die Read-Sensoren sind hinten einfach nur mit 2, ne? Okay, da ist schon aber ein Pull-Up und der wird quasi auf Low gezogen. Das heißt, wenn der Read-Sensor 1 ist, ist das Signal aber 0. Also eigentlich haben wir invertierte Logik, weil eigentlich, wenn Wasser da ist, müsste das Signal ja 1 sein. Oder? Jetzt müssen wir mal reinschauen, ob wir das irgendwie invertieren können. Geht sicher irgendwie, oder? Activating Inverting Values, Inverted True kann man direkt da hinschreiben, dann passt das. Guck, wundervoll. Dann machen wir hier bei Read Pin 13 Inverted True Pin 34 Inverted True. So einfach geht's und schauen wir den richtigen Pegel. Ich habe die Taste 1, 2, 3 habe ich auch, die können wir gleich kontrollieren. Taste 1 wird GPO 0. Die haben wir umkonfiguriert, weil er ja jammert, ne? Taste 1 wäre jetzt 23. 23, okay. Taste 2 Mitteltaste 26 Aha, und 27. Ja. Passt, okay. Da haben wir Inverted True sogar drin, ich hätte es da oben sogar gucken können. Die WS2812 sind da oben bei Light irgendwo. Die sind da auf dem GPO 4. Hängen hier auf 18. 18, okay. Perfekt. Perfekt, das haben wir da alles. Pumpe? Dann brauchen wir, jetzt müssen wir schauen, hier haben wir Light, hier haben wir Eingänge, dann gibt es irgendwo Ausgänge, Switch, Opto Triac Pumpe ist bei mir auf Pin 5. Ist so geblieben, ist immer noch 5. und Heizung ist 19. 19, okay, war hier 17. 19, okay. Dann hast du den ADC-Pin, das wäre Sensor VP. Das war glaube ich der Pin 36, das war schon 1 zu 1 übernommen, wie ich es gehabt habe, glaube ich, Das war es. Das war es. Du hast noch I2C-Pins. Aber da hängt nichts dran. Da hängt nichts dran. ich gehe mal bei dir auf dich. Du hast noch MCU-RX-TX, also die Programmierstelle. Brauchen wir auch nicht, ja. Und tonnenweise Testpunkte für Dinge, die wir vergessen haben. Ja, also eigentlich da links, das war der HAL-Sensor, das ist der Read-Kontakt, die Mox, Null-Durchgang hast du wegoptimiert. Worauf ich hinaus will, die Frage ist, kann man in der im ESB Home Automation, kann man da eine Automation programmieren? Automations und Templates. Weil das Ding ist ja das. Äh, ja, kann man. Ich will ja quasi die Kaffeemaschine, ich soll ja auch Kaffeekochen wenn der Home Assistant nicht dranhängt. Es wird eine Herausforderung. Und wir werden das nächste Woche auf jeden Fall mit Hardware testen. Ah, da ist Lambda Action, Lambda Condition, If Condition, Endor, Xor, Not Condition, If Action, das gibt's alles. Ah, okay, perfekt, Matthias. Das kriegen wir hin. Weil gibt's, Repeat gibt's, Repeat, Count 5, Wait Until, ah, mega. Gibt's ja alles. Aber man kann sogar Skripte machen, guck mal. My Script ID Blinklight, Dealer 500 Millisekunden. Skript Stop Action. Ach so, man könnte quasi ein Skript machen, das man, äh, wo gibt's Skripte? Das müssen wir uns jetzt anschauen. Das Skript Komponent, schau. Skript ID, My Script, Switch Turn On, Delay 1 Sekunden, Switch Turn Off. Mit dem Skript kriegen wir das hin, Matthias. Da können wir quasi sagen, Skript, koche eine Kaffeetasse, koche zwei Kaffeetassen. Und wenn wir dann den Ausschalter drücken, können wir Skript Punkt Stop machen. Mhm. Geil. Ja, cool, aber dann bin ich mal echt gespannt, also ich würde es echt am liebsten jetzt schon programmieren, aber das kriegen wir nicht hin, weil einfach zu wenig, ähm, Hardware zum Testen. Ja, es ist, äh, ich bin auch mal gespannt, wie das mit der, äh, 4600, also mit der 1N, äh, 4600 funktioniert. Wegen? Die habe ich nicht da, also da muss ich gucken, was ich in der Kiste finde. Für wo hast du die drin? Äh, für die erste WS2812 LED in der Reihe. Alter, nimmst du einfach irgendeine. Mhm, du meinst so, wie beim letzten Mal, die irgendeine, die quasi einen, einen, einen Superload Drop war, und. Ja, ich nehme mal einfach eine 1N, 41, 48 und gut ist. Nett. Aber irgendwas werde ich hier schon finden. Naja, sonst, ich kann da ja was dazu packen, 1N, 48 habe ich ja gefüllt alle, die es gibt auf der Welt, aber du hast da mittiger, ach so, ich darf bei der 9 dann ja da gar nicht mal die Taste einlöten in der Mitte, ne? Äh, das musst du gucken, ob das passt oder nicht passt. und die LED und so weiter und überhaupt. Oh Gott. Ja, ja, ähm, 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 Matthias, ähm, 2812er, äh, 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 die kann ich da einfach weglassen. Die kannst du weglassen, warum nicht? Weil da an die dritte nec geht. Äh, brück sie durch. Ja, das muss man halt dann durchbrücken, ja eben, aber einfach weglassen ist nicht. Dann hätte ich gesagt, sind wir für heute relativ früh, aber wir sind einigermaßen durch mit dem, was wir machen wollten. Gut, sehr gut. Also nächste Woche machen wir Kickcut, äh, interaktive, äh, äh, Git-Gedöns-Zeugs, äh, Leiterplatten angucken, bin ich gespannt, wie es geht. Dann machen wir Plotinen auflöten, ich hoffe, dass sie bis dahin da sind, aber davon gehen wir ganz stark davon aus. Und, ja, sonst schauen wir was wir machen. Software kann man dann schon anfangen, wenn es läuft, ne? Nächste Woche wird es mal definitiv bis 22 Uhr dauern, denke ich mal. Falls ihr die Stream-Zusammenfassung schaut und bis hierhin gekommen seid, schaut auch nächste Woche mal beim Livestream vorbei. Genau, perfekt. Also die, die jetzt die Stream-Zusammenfassung angeschaut haben, jeden Woche mittwochs ab 20 Uhr auf Twitch sind wir auch in Farbe, bunt und live zu sehen. Ansonsten, vielen Dank allen miteinander. Wir sehen uns nächste Woche spätestens. Tschö, tschö. Ciao.